Willkommen zu Frequent Traveller TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die Miles and More Meilen Highlights September 2021 und ihr merkt schon weder links noch rechts oder irgendwie kein Mario. Mario ist heute geschäftlich verhindert. Eigentlich schon seit gestern ist er nicht verfügbar, sonst hätten wir das Video gestern gemacht. Aber kein Grund zur Panik, Mario kommt wieder. Sonntag hat er mir das versprochen. Das heißt also, ich werde mit euch jetzt die Zeit hier einfach überbrücken. Und wenn ihr natürlich irgendwelche Sorgen, Ängste oder Nöte habt, vergesst es nicht unten reinzuschreiben. Ihr könnt natürlich auch Mario fragen, was er gemacht hat. Ansonsten gehen wir zu den Meilen Highlights. Es gibt wieder viele, viele Meilen, wenn ihr die Kreditkarte beantragt, falls ihr sie noch nicht habt. Es gibt etwas, was super ist bei Miles and More im Shop, also World Shop, wie er heißt. Es gibt nämlich neue Montblanc Artikel. Es gibt eine sogenannte Weinreise. Was ist das? Ja, das wird es auch geben. Und natürlich ganz, ganz neu der Partner Booking.com. Aber ihr wisst ja wie immer, es gibt dazu erstmal immer ein Intro und dann tauchen wir direkt in die Themen an. Mein Name ist Lars Korsten. Ohne Mario, wie schon im Intro erwähnt. Aber ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In den vergangenen Monaten haben wir ja immer am ersten Tag des Monats die Meilen Highlights des jeweiligen Monats besprochen, was bei Miles and More Neues kommt. Und da gehen wir heute auch in das Thema rein. Aber ihr wisst ja, was zuerst kommt. Ihr müsst einfach uns abonnieren. Dann solltet ihr den Beitrag liken. Wenn ihr abonniert habt, die Glocke nicht vergessen und ganz, ganz wichtig unten immer kommentieren. Also insofern da für euch viele Aufgaben, die ihr machen sollten. Dann als erstes bei den Meilen Highlights gibt es bis zu 25.000 Prämienmeilen für Neukunden, die sich für die Miles and More Gold Kreditkarte entscheiden. Ich will jetzt auch nicht großartig darauf eingehen. Warum? Ganz einfach. Ihr kennt ja die Vorteile der Karte und wer einen Status hat, kriegt ja sogar Rabatt oder die Karte umsonst als Senator oder als Hornzöcke. Also insofern lasst uns auch beim neuesten Partner von Lufthansa Miles and More eintauchen. Das ist Booking.com. Miles and More Teilnehmer sammeln ab September für Buchungen, für Unterkünfte, also Hotels und so weiter, aber auch irgendwelche Aufenthalte, die ihr bucht, bei Booking.com Meilen. Und wer kommt bis zum 30.11.2021 sogar fünffache Meilen pro Euro Umsatz auf Booking.com. Gültig nur für Buchungen, die über die spezielle Partner-Webseite erfolgen. Da werde ich euch unten auch in die Kommentarspalte den Link reingeben. Das heißt, also Buchungszeitraum ist hier der 1.9. bis zum 30.11. Aber natürlich wie immer hier die Aufenthalte im Hotel selber oder auf Booking.com könnt ihr natürlich dann selber wählen. Also kann auch nächstes Jahr sein. Ja, ein harter Cut. Warum? Ganz einfach, weil beim Lufthansa World Shop, da gibt es neue Herbst- und Winterangebote und Artikel vor allem und das schon mit 3.000 Prämien meinen, wo man sich da etwas kaufen kann. Ihr kennt meine Meinung ja zum Kaufen dazu. Ich will jetzt nicht drauf eingehen. Aber da solltet ihr einfach mal gucken. Da gibt es, wie sie das nennen, in Themen-Special außer dem Infos rund um Menschen, Marken und Ideen der neuen Produktauswahl. Hey, coole Sache. Ja, dann Lufthansa Upcycling Collection. Da haben wir ja lang und breit uns schon teilweise drüber unterhalten. Ich finde einige Sachen ja richtig tip-top. Hab mir auch aus der Upcycling was gegönnt. Und da kann man jetzt sich etwas sichern. Und zwar bereits ab 5.000 Meilen, da ist auch wieder etwas Rabatt. Ja, da könnt ihr gucken. Aber wie wir immer, ich sag's nochmal, mit Punkten immer aufpassen. Also ob ihr da nicht mit dem Flug mehr rausholen könnt. Dann gibt es die sogenannte Weinreise. Ja, Weinreise nennen sie das. Und eine Auswahl an Rosé-Weinen. Im September erhalten echte Gourmets im World Shop 40% Rabatt. Leider ist Mario nicht dabei. Wir waren ja auch in der Ringeltaube zum Beispiel und haben da einige Weine uns anschauen dürfen. Aber insofern schaut es euch an. Da könnt ihr dann auch was sparen. Ihr bekommt auch bei Montblanc 15% Meilennachlass. Aber ganz wichtig, wenn ihr den Aktionscord MB 2021 eingibt. Dann bekommt ihr diese und natürlich nur solange der Vorrat reicht. Ganz wichtig, hier ist auch der Aktionszeitraum nötig dieser September. Das heißt also vom 1.9. bis zum 30.9. von Montblanc. Der spannendste Teil meiner Meinung nach ist nicht mit den Meilen etwas auszugeben, außer für Flügel, sondern ist das zu sammeln. Da gibt es beim Online-Shopping wieder Angebote im September, wo man bis zu 30% oder 30% sage ich schon, 30-fache Meilen. Wir sind hier nicht bei Rabatten, sondern 30-fache Meilen. Da kann man mit dem Cadoss-Shop 10-fache Meilen als Shop des Monats bekommen. Mega-Meilen EMP, 5-fach Meilen vom 18. und 19. sogar, also 18. und 19. 9. also September gibt es sogar 15-fache Meilen. Und wer noch keinen Virus-Scanner oder kein VPN hat, kann mit NordVPN oder Norden 30-fache Meilen bekommen. Dann gibt es natürlich noch andere Angebote, die 10-fach Meilen geben. Das ist Eterna, Peek und Kloppenburg, Anson's, Street One, Cecil, Aukley, Rabanne, Apomets und Wincery. Das ist doch mal was Spannendes. Also ich persönlich, wer Hemden braucht oder wer irgendwelche Herrenausstattung braucht, Peek und Kloppenburg. Man kann da fündig werden. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Reisen, Hotels und Cars, da gibt es ja wie immer das Angebot. Das ist ja vom 1. bis zum 30. 9. Da bekommt man immer mindestens 1000 Meilen pro Macht. Einmalig 1000 Meilen bei einem Extra-Hotel-Buchungswert von 200 bis 399 Euro. Würdet ihr von 400 bis 599 Euro gehen, bekommt ihr sogar 2000, um die maximalen Meilen rauszunehmen. Wenn ihr von 600 Euro oder mehr rausgebt, dann bekommt ihr 5000 Meilen. Natürlich ist hier auch der Reisezeitraum flexibel zu gestalten. Aber gebucht werden, das muss jetzt bis Ende des Monats, also bis zum 30. September. Best Western, eine Kette, in der ich selten übernachte. Aber ich habe, glaube ich, in Hannover mal im Best Western übernachtet und ich habe in Australien im Best Western übernachtet. Das war also gar nicht so schlimm. Da bekommt man 2000 Prämien meinen Pro Aufenthalt bis Ende des Jahres. Das heißt also für den regulären Aufenthalt 500 und zusätzlich 1500 Prämien meinen für maximal drei Aufenthalte. Das gilt in den Teilnehmenden Best Western Hotels. Ja, es ist nach Ländern Deutschland, Luxemburg, Österreich, der Schweiz, Kroatien, Ungarn, Tschechien und Slowenien. Ja, also gar nicht so weit. Also Australien wäre gar nicht dabei gewesen bei mir. Auch hier bis zum 31.12. gilt die Aktion. Also das ist etwas länger. Das ist der Rest des Jahres. Also September, Oktober, November, Dezember. Ihr habt vier Monate Zeit, das zu tun. Dann gibt es noch das Angebot von Marriott. Das hatten wir ja schon mal öfter. Da gibt es bis zu zehn Prämien pro US-Dollar bei ausgewählten Hotels. Und da ist es wirklich so, dass man schauen muss, inwieweit man das Angebot annimmt, wenn man Marriott Bonvoy Loyalist ist, so wie ich. Weil da gibt es keine Status-Benefits. Das muss man wissen. Also denkt darüber nach. Aber wer sagt, hey, das ist mir egal. Ich möchte auch 30 Prozent Preisnachlass haben. Da muss man mindestens drei Nächte übernachten. Ganz, ganz wichtig, dass dieses Angebot bis zum 30.09. gebucht wird. Aber ansonsten sollte es wieder vom Reisezeitraum flexibel sein. Mietwagen. Sonst ist wieder Sixt an dieser Stelle. Aber fangen wir einfach mit Herz an. 1.000 Prämien-Mein für die Mietwagen-Buchung. Für jede Buchung erhalten Teilnehmer 1.000 Prämien-Mein inklusive 10 Prozent Preisnachlass. Schwieres Wort Preisnachlass. Der Promotion-Code PC210559 muss man bei der Buchung angeben. Und über den unten stehenden Link kann man das sogar sich sparen, weil er in dem Link hinterlegt ist. Buchungszeitraum 1.09. bis 31.10. Reisezeitraum 1.09. bis 31.01.2022. Also da geht es los. Also ganz wichtig, der eine Code war für die USA und das andere für Europa. Aber ihr findet die Links auch unten in den Shownotes. Sixt. Zehnfache Prämien-Meilen sammeln. Das heißt also, wer einen Tag sammelt, hätte ich fast gesagt, anmietet, bekommt 500 Meilen. 1.000 Meilen für zwei Tage. Ihr habt das Prinzip verstanden. Und wer mehr als zehn Tage macht, bekommt 5.000. Auch ich habe schon meine Punkte gut geschrieben bekommen aus zwei Anmietungen mit Sixt letzten Monat. Also da gab es die Aktion auch. Und jetzt der Winter rückt näher. Wer braucht Reifen von Michelin, der kann die natürlich kaufen. Der bekommt acht Prämien-Meilen pro Euro oder Schweizer Franken. Heißt also bei der Größe 15 Zoll und kleiner. Wer vier Meilen haben möchte, der kann Reifen der Größe 16 und 17 Zoll nehmen. Aber wer die acht Meilen haben möchte, der muss halt wirklich 18 Zöller und Größe haben. Also richtige Walzen unter den Schlitten. Und was gibt es noch? Porsche. Das ist das Letzte, was wir heute euch vorstellen werden. Das ist im Porsche Experience Center achtfach Mal bei einem einmaligen Fahrerlebnis. Da ist der Buchungszeitraum 1.9. bis zum 31.10., also bis Oktober. Und der Fahrzeitraum ist bis Ende November. Also ab 30.9. bis 30.11.2021. Da könnt ihr dann wirklich bei einem Fahrerlebnistraining beim Porsche Zentrum, was ich euch ans Herz lege, ist eine super Geschichte. Könnte ich auch einmal mitmachen. In Leipzig zum Beispiel. Und Lapland gab es auch. Da könnt ihr dann auch nochmal das Ganze mit Meilen versüßen. Billig ist der Spaß nicht. Aber was sagt mein Anwalt immer? Wer Spaß will, muss zahlen. Ja, welches Angebot war für euch eins, wo ihr sagt, das war interessant, das finde ich toll. Da würde ich gerne nochmal was zu wissen. Oder ihr habt einfach gesagt, das würde ich nehmen. Dann lasst es uns doch auch wirklich unten in den Shownotes wissen, nachdem ihr uns abonniert habt, die Glocke geläutet habt und vor allem den Beitrag geliked habt. Ganz genau. Also, ich freue mich auf eure Kommentare und ich hoffe, nächsten Monat machen wir das wieder mit Mario zusammen. Dann wird das nicht so ein Galopp, den ich hier durchmache, weil mit Mario macht es mehr Spaß. Auch das könnt ihr unten in die Shownotes reinschreiben. Also, bis dann wieder viel Spaß und bis bald bei Frequent Traveller TV.